Hallo liebe Leute, ich bin's Marcel Litsch von Bündnis Aktive Mette. Ich befinde mich hier an der Richard-Wagner-Chaussee. Und hier auf der anderen Straßenseite, hinter mir, wollen wir eine Kita mit Klimahülle bauen. Das haben wir beschlossen, aber leider hat der Bürgermeister bzw. Frau Tchikowski das irgendwie falsch verstanden. Wir haben nämlich gesagt, wir wollen erstmal die Planung sehen, damit wir genau wissen, was das kostet. Das ist ja doch ein sehr neues Projekt. Und jetzt hat Frau Tchikowski leider daraufhin entschieden, wir nehmen das Projekt mal nicht in den Haushalt auf. Seltsamer Vorgang, da werden wir auf jeden Fall in den Haushaltsberatungen noch zu reden müssen. Und werden das mit Sicherheit in den Debatten in der Gemeindevertretung auch noch ändern. Ja, also schaut wieder rein, guckt wie sich das entwickelt. Euer Marcel Litsch von Bündnis Aktive Mette, FDP. Ja, also schaut wieder rein. Ja, also schaut wieder rein. Ja, also schaut wieder rein. Vielen Dank.